Musik Wenn sich der Frühling ankündigt, dann heißt es für die Bauwirtschaft auch im Außenbereich wieder aktiv zu werden. Daher gilt unser Augenmerk besonders der Hoch- und Tiefbaugesellschaft MbH Lindt-Bruck-Kapfenberg. Seit 1957 gibt es die Firma Lindt den Standort Bruck-Kapfenberg. Ich wurde 1957 von meinem Vortrag gegründet. Ich bin 1969 in den Betrieb eingestiegen und habe 1986 den Betrieb übernommen und führe ihn seitdem selbstständig und alleine. Somit habe ich 40 Jahre Berufserfahrung, die ich an meine Kunden weitergeben kann. Unser Betrieb beschäftigt derzeit insgesamt 17 Mitarbeiter und wir bewegen uns im Hauptsegment im Privatkundenbereich, bieten hier schlüsselfertig an und von der Kleinstreparatur über Hoch- und Tiefbau. Und es gibt keinen ausgefallenen Kundenumsch, den wir nicht erfüllen können. Unter dem Begriff Alles aus einer Hand bietet das Unternehmen überschaubare Abläufe und damit verbunden Kosteneffizienz für den Kunden. Unser Unternehmen bietet einmal von der Beratung, Planung, Bauleitung, Statik. Für den Hochbau bieten wir an Neubauten, Industrie- und Gewerbebauten, sämtliche Sanierungen, Altbausanierungen, Vollwärmeschutzfassaden, Althaussanierung, Trockenlegungen. Zum Hochbau gehört natürlich auch der Anlagenbau, sprich Gartengestaltungen, Gartenzäune, das ganze Umfeld, Terrassen, Wintergärten etc. Selbstverständlich sind wir auch im Tiefbau tätig. Im Tiefbau machen wir Kanalanschlüsse, Kanalreparaturen, Reinfahrten, Straßenbau- bzw. Siedlungsaufschließungen. Allerdings im kleineren Umfang. Wir haben voriges Jahr 2009 eine 24 Parzellen umfassende Siedlungsaufschließung gemacht. Und auch hier sind wir flexibel, Stützmauern etc. Also alles, was auch in den Tiefbaubereich fällt. Dass im Unternehmen ein gutes Betriebsklima herrscht, beweist, dass Mitarbeiter 25 Jahre und auch darüber beschäftigt sind. Die Vorteile bringt es, dass wir erstens einmal jeden Mitarbeiter sehr, sehr gut kennen, seine Stärken und Schwächen kennen und ihn entsprechend für unsere Kunden einsetzen können. Auf eine Auszeichnung ist Baumeister Erich Lind besonders stolz. Wir sind seit vier Jahren bauzertifiziert. Das ist nicht nach ISO 9001, sondern eine spezielle Bauzertifizierung, die wir erarbeitet haben und die wir auch leben. Die schreibt uns vor, ganz konkrete Firmenabläufe, Arbeitsabläufe und Qualitätsabläufe und Qualitätsprüfungen. Diese Zertifizierung wird auch jährlich extern überprüft und somit erhalten wir jedes Jahr wieder ein neues Zertifizierungsdekret. Womit wohl bewiesen ist, Hoch- und Tiefbau Lind, Bruck-Kapfenberg, ein Garant für Qualität.